Hallöchen, da sind wir wieder mit Sebastian. Hi! Und Lasse, hi! Ähm, und wir spielen wieder TTT, diesmal auf einem funktionierenden Server. Wer hätte das gedacht? Robin hat es nämlich geschafft, die Maps nicht nur im Server, sondern auch in seinem Map-Ordner zu haben. Ja, stimmt. Ich war gar nicht so scheiße im Server-Programmieren, ja? Ich war einfach nur scheiße im Normal-Sein. Das ist nichts Neues, Robin, das ist echt nichts Neues. Diss mich nicht, ich bin so. Schon immer gewesen, du kennst mich. Deswegen sag ich auch, das ist nichts Neues. Okay. Niklas sagt übrigens, dass du lügst, das steht 9,99. Schade. Was? Echt? Oh, dann ist gerade der Sale zu Ende. Das war das Wochenende über, nämlich 2,15. Ja, stimmt. Der Black-Friday-Sale halt. Hättest du schneller sein müssen. Ähm. Okay, wer ist das? Hallo? Ich kann den Namen nicht sehen. Wo? You are playing Trouble in Terrorist Town steht jetzt in meinem Bildschirm. Das ist ja cool. Innocent. Innocent. Ja, auch. Ich warne dich, Robin. Au! Ich habe aufs Maul gekriegt. Dann ist das Lasse. Ich bin das nicht. Wie er direkt mich beschuldigt. Was zur Hölle? Bist du durch irgendwas gelaufen? Ich weiß nicht, kann man durch irgendwas laufen? Ja, wenn irgendwie durch Feuer oder so, kriegst du Schaden. Feuer war da nicht. Kannst du auch vor einem Kaktus laufen, wenn du Pech hast. Hier war auch kein Kaktus. Da oben steht alles. Hier war allerdings diese Kaktusse. Lasse stehen oben und snipert. Nein, ich bin das nicht. Ja, Lasse stehen oben und snipert. Noch war er nicht geschossen. Ich habe auf jeden Fall... Alter, ich habe nur noch 23, äh, hier Leben-Dinger. Guter Call. Und ich komme nicht an dieser Kack. Boah, ich renne jetzt einfach auf diese Dings um. Fett und Robin ist Traitor und ärgert sich gerade. Ja, ist echt so. Was? Nein, ich bin nicht Traitor. Ich glaube, der hat auch nicht geschossen. Ich habe nur noch 23 HP. Oh, man hat eine Taschenlampe. Ja. Ja, F, ne? Cool. Ja. Ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht hier hinten wegzukommen. Habe ich ne... Ne, habe ich auch nicht. Was habe ich eigentlich? Ich habe nichts. Erstmal abhauen. Ups. Ah! So ein Versager, Alter. Wie ich es gewusst habe, ja? Boah, mein rechtes Nüßchen hat gekribbelt, ey. Ich wusste das. Bist du echt tot gewesen? Ja, sicher. Und du bist runtergefallen wie der letzte Deck. Ich habe es gesehen. Es tut mir leid. Alter, Robin, ey. Hallo, warum kann ich jetzt keine Waffe mehr wegschmeißen? Ach so, weil ich die erst in der Hand haben muss. Macht Sinn, oder? Das ist... Ich bin preparing... Oh. Ich bin preparing. Ich bin preparing. Ich bin preparing. Geil. Warte, wir sind noch nicht. Ich bin innocent. Innocent. Wow, Robin, Mann. Ich bin preparing. Ja, ist aber doch wahr. Ja, wo er recht hat, ne? Das ist jetzt aber uncool. Wie geht das hier? Hallo? Ähm. Wir haben noch versucht, noch jemanden dabei zu kriegen. Aber das hat nicht ganz geklappt. Hey. Lasse. Was für? Sebastian schießt auf mich. Sebastian ist Traitor. Du bist stehen geblieben die ganze Zeit, als würdest du im Menü durchgucken. Nee. Ich musste mit meiner Freundin kommunizieren. Quatsch. Lüg doch nicht. Er rett mich her. Er rett mich her. Der macht mich. Ich hab mal lockere 37 AP, weil der auf mich geschossen hat. Ordentlicher Traitor. Ganz ruhig. Ich hab dich nicht gekillt. Ja. Ich hab ihn weitergeschossen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich mag dich nicht. Hau ab. Geh weg. Wo seid ihr denn? Ich find euch gar nicht. Der ist unwichtig. Robin, bleib einfach da, wo du bist. Wir wollten dich hier haben. Damit du nicht siehst, wie er mich tötet. Ja. So sieht das nämlich aus. Ich will meine Ruhe haben. Ich bin wie so eine Gottesarbeit. Ich zieh den erst mal in so ein Loch und dann kill ich den. Seid ihr auf der Brücke oder was? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaub, ich bin zu sehr geprägt von den Leuten, bei denen ich das gucke. Du bist paranoid. Nein, Mann, das ist... Egal. Ich erklär's nach der Aufnahme. Da ist nämlich, sobald die eine Sekunde lang stehen bleiben, da ist er wieder. Sobald die Sekunde lang stehen bleiben, heißt direkt die Wahl im Trader-Menü, den machst du weg. Ah. Da ist Lasse wieder. Ja. Ja, aber hallo, ich bleib ständig stehen. Ja, ich wollt grad sagen, das ist... Ich bin mal sowas von innocent. Das ist halt legitim. Das kann nicht sein, weißt du? Lasse und ich, wir rennen die ganze Zeit nebeneinander rum und haben uns nicht weggemacht, Robin. Du hast es schon versucht. Ja, das war ein kurzer Zucken. Also, ne? Ja, Robin, ist es. Robin, ist es. Was für... Der Snipert. Der ist oben in dem, äh, in dem großen Haus drin. Du hast versucht, Lasse zu killen. Ich glaube, du bist... Ja, weißt du... Du Lava-Kopf. Du kleiner Lava-Kopf. Da, bei Lasse steht nämlich badly wounded. Ja. Ja. Habe ich das nicht grad erklärt? Ich glaub schon, ne? Oh, fuck. Ja, siehste, du bist es nämlich, du Sau. Ah, puh. Hä? Lasse, du kleines Stück schlafen. Alter, du mieses Stück. Ey, du bist tot. Einer ist tot, ja? Ja, ich red doch mit dir. Ratsch mal, wer tot ist. Robin. Boah, du mieses Stück. Ich hätt dich einfach umgekleinert. Mein Nüsstier hat schon wieder gejuckt. Du weißt... Ja, komm, wir machen keine Random-Kills hier, ja? Das... Alter. Das gehört sich nicht. Boah, Junge, gehst du mir auf die Nüsse rein. Alter. Wo ist Robin da? Wo pimmelst du rum? Wo pimmelst du rum, ist die Frage. Wo pimmelst du rum? Senior, ich random kille fast. Robin hat direkt auf mich geschossen. Nein. Pfuh. Jawoll! Boah, so ein Scheiß. Ich hätt dich wegmachen sollen. Ja, aber warum? Du hattest keinerlei... Ne? Doch, ich hab ja wie gesagt, ich hab dich... Du hast rumgestanden. Nee, ich war echt nicht im Dingens. Weil normalerweise kann man sich nämlich dabei bewegen, wenn du im Menü bist. Ja, das kann gut sein. Ich bin zu sehr geprägt bei den Leuten... Äh, von den Leuten, bei denen ich das guck. Innocent. Gut, aber jetzt steh ich mich jetzt einfach in die Ecke und mach jeden weg, dem man in den Weg kommt. Nee, das ist nicht fair. Doch, es gibt nämlich ein Radar. Das kannst du kaufen. Und ich stelle mich einfach irgendwo hin, wo ich davon ausgehe, dass mir da niemand findet. Ja. Ich weiß auch schon in der Ecke. Obwohl, nee, hier werde ich sterben. Ich geh wieder weg. Okay. Plan über den Haufen geschmissen. Ich lauf rum. Wie feuert der denn die Waffe hier eigentlich so? Okay. Ah! Ach, ich dachte schon. Ich dachte schon, jetzt geh ich drauf. Nee, ich hab sie nur gerade mal in die Wand geschossen. Da, wer ist das? Das ist Robin. Ich hab schon gedacht, ey, Schüsse. Jetzt, jetzt ist Feierabend. Da, da ist noch einer. Was, wo ist noch einer? Hier, Sebastian. Ich geh grad zu Robin. Hier in dem Haus drin, oder was? Ja, der ist hier grad reingelaufen. Renn ich irgendwo rum. Da ist er. Hallo. Lass, 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 lass dich immer noch da. Ja, ich bin da. Hey, wo seid ihr? Seid ihr in die kleine Wohnung gegangen, oder was? Wir sind da drin, wo du auch drin warst, gerade in dem Haus. Ich hab irgendwie Angst. Diese kleine Wohnung. Mir ist da gerade auch nichts zugeheuer, mit dir. Mit den komischen bunten Wänden, oder was? Hallo, da ist Robin. Hallo. Wo? Ich seh euch gar nicht. Ach, du bist ein Blindfisch. Nee, Robin, hau ab. Ich hab meine Waffe unten. Warte, warte, warte. Ich nehm den. Ich, ich, hier, Magneto-Stick. Holstert. Ich bin's nicht. Geht weg. Ich hab geholstert. Man kann holstern? Ja. Oh, ja, steht da, ja. Ah, okay. Ja, so, Leute. Schieß es raus hier. Bleibt gehäustert und geht an mir vorbei. Lasst mich raus hier. Warum? Warum hast du deine Waffe noch in der Hand? Ja, weil ich hier raus will. Ein bisschen suspekt, ne? Das finde ich jetzt auch ein bisschen gruselig. Jetzt verwöhntet euch nicht, ihr Säcke. Ich bin in Ordnung. Darf ich mal raus? Ich glaub, ich hab Angst vor ihm. Mal gucken, wie Leute in extremen Situationen reagieren. Ah, ich muss nur die Zeit runterlaufen lassen. Der schießt gleich. Gib mir diese Schrotze hier. Oh, Robin, hau ab. Da. Typ hat ne Waffe. Ja, wenn der da vor der Stromflinte steht, darf ich mich wohl absichern. Niemand hat das gehört. Nee, hast du gekünstelt mit deinem... ...gekünstelten Röpser, äh, Röpser, ja. Mhm. Wolfsbein übertönt. Da, Robin, jetzt geh raus, die Tür ist frei. Oh, ah, okay, die Tür ist frei, sehr gut. Hey, jetzt. Robin, ist es. Okay. Meine Waffe ist leer. Ah, Robin... Wo ist der Penner jetzt hier? Ich, ich, ich weiß, wo du bist. Ich seh dich. Bam. Ah, Mann. Boah, Alter. Schade. Schade, schade. Was fällt hier ein, du kleiner Schlaminer? Das lief so schön für mich. Und dann ist das so irgendwie ausgerastet. Ich weiß auch nicht. Oh, hier steht... Im, im Keller haben wir ein Error. Oh, gut. Wo ist meine Maul, hä? Sogar ein massives Error. Man kann durch das Error nicht durchlaufen. Inno. Inno. Äh, rein taben. Moment. Ich guck rein erst mal. Inno, okay. Also, wo einer von euch flunkert. Oder ich. Das kann ja gar nicht sein. Oder du, genau. Boah, weißt du, wie mir diese komischen Dreckstische hier auf den Knispel gehen? Weißt du, was mir auf den Knispel geht? Hm. Sobald ich einen von euch im Target hab, ich hab ja ein bisschen was Damage bekommen von irgendwas. Aua. Da oben schießt jemand auf mich. Alles klar. Was? Wo? Hochhaus. Ah, okay. Ich komm... Mir geht's tierisch auf den Keks, äh... Dass ich bei beiden von euch erstmal ein Wir auch im Fadenkreuz hab und dann erst den Namen sehen kann. Oh ja, das ist, äh... Das ist unpraktisch. Das ist echt nicht so... Lass mich hier raus. Ja, ich wollte dich nicht stacken oder so. Ich wollte nur... Ich will irgendwen in der... Ja, ich bin wie gesagt gerade aus dem Oberen, aus dem Hochhaus da vorne angegriffen worden. Also... Da kann man rein? Ja, nicht das Hochhaus, halt, dass einer da halt gerät. Oh shit! Bist du runtergesprungen? Lebst du noch? Also, wenn er nicht mehr lebt, äh... Scheiße, dann ist es einer von uns. Dann bist du... Ja. Herzlichen Glückwunsch. Äh... Fuck. Sebastian? Hallo? Du... Drecksack! Jetzt hab ich Lasse völlig umsonst getötet! Kann sein. Boah! Was ist das denn für eine miese Brise, ey? Ich fand, das Lüftchen war gut. Das war... Boah, das war sowas von arschig. Ich hab voll die Panik geschoben, weil ich dachte so... Ach du Kacke, wenn Sebastian tot ist und bei mir steht Inno... Hast du ihn direkt weggeholt? Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Hat der den direkt umgezimmert? Ich hatte gerade die Shotgun in der Hand, das hat einfach gezuckt. Au! Wo? Ich komm nicht in die Kackscheibe! Darf ich Robin irgendwie den Autisten-Award verleihen oder so? Vor allen Dingen, lass halt glaube ich schon festgestellt, dass ich das gewesen bin. Weil ihr beide nebeneinander gelaufen werdet und ich bin und hab auf den geschossen. Richtig gut. Ich sag es halt, aber... Ich dachte mir, komm, geht das jetzt noch? Ach komm, da checkt bestimmt keiner. Ja, aber... Das ist ja wohl voll arschig, oder? Darf man das? Also einfach nichts mehr sagen, obwohl man noch lebt? Das ist doch ein Trick. Du kannst doch künstlen, oder nicht? Ach so. Ja, ich wusste das gar nicht. Innocent. Innocent. Hm. Oh, hier ist einer. Was? Hier sind... Ah, so. Hört man die Steps eigentlich, oder sind die... Ich weiß es nicht. Ja, man hört Steps. Ja, stimmt, man hört Steps. Also ich hör meine Steps auf jeden Fall. Aber ich hör auch... Lass es, ja. Ah, direkt. Was ein blöder Sack. Ich hab mich auf den Kopf gezielt, verdammt. Ich schon. Das gibt es nicht. Dann ist die aber echt One-Hit, ne? Oder hast du einmal daneben gezimmert? Was hattest du für eine Knarre in der Hand? Schrotze. Alter. Die ist echt overpowered. Mit der Schrotze im Kopf auf Nahkam, auf Close Range ist er jetzt weg. Oh, Erroa, hallo. Ja, das hab ich auch grad gesehen. Das ist mega gut, oder? Finde ich super. Innocent. Inno. Inno. Äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Dieser Tisch. Boah, ein Traum. Steht im Weg. Klasse, du bist doch... Inno. Ja, hallo. Inno, oder? Ich renne hier auch noch rum in den Wacken. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Ich hoffe doch. Oh, jetzt hab ich. So, und jetzt will ich mal das Hochhaus wissen. Äh, da vorne. Komm, ich zeig dir das. Haut ab, geht weg. Kannst halt da oben rein. Lasst mich in Ruhe. Da, wo er erst wieder drin steht. Siehst du das? Oh. Oh, oh, oh. Der zielt schon so. Ich bin innocent. Haut ab. Äh, Robin will das doch nur mal sehen hier. Ja, ich war hier noch nie. Rämpel. Hat, äh, gibt's da... Nein, okay, da gibt's kein Keller. Wenn Lasse das jetzt schon wieder ist, und ich halt gleich... Wenn ich gleich die Klappe halte, ne, dann ist es Lasse. Robin. Ja, sag doch mal, wer das ist. Robin, ist ja auch geschossen. Lasse schieß. Er war es jetzt. Jawohl. Lass mal was. Boah, du... Er fängt plötzlich an mit seiner Kack-Mini-Gun da. Äh, nicht Minigun. Hier, wie heißt die nochmal? Äh, hier, äh, 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 die... Die kleine Maschinenpistole. Du weißt schon. MP. Warte mal. Sind wir schon durch, oder? Na, zwar nicht. Machen wir noch ne Map. Ja, nö, wir... Wir haben 16 Minuten, wir können einen noch. Wir machen zwischendrin einfach nen Cut und dann nehmen wir nochmal auf. Ne, das ist doch Kacke. Dann weißt du doch gar nicht, wer gewonnen hat. Du musst auch sagen, wer gewonnen hat, Robin. Wer hat denn gewonnen? Ich. Du hast vier Minuspunkte, Digga. Weil du einfach den Illusenten hergeknallt hast. Ach so, okay, Sebastian hat gewonnen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.